ich hab hier abgespeichert fährt er nicht einmal hier aber diesmal mit mit Eissturm noch mehr Eisstürme Doppel Eissturm du bist meiner Eissturmartage nicht gewachsen komm schon AUłącz rasch duh mega Eissturm au oder listened hand der mein freund so und nicht alles muss was sein nicht da na gut egal dies war ich aber nicht vergessen abzuspeichern was der genau gemacht aber sie ist auch nicht egal ja können wir machen sie alle tun folgen wir doch einfach mal das hoffe ich doch auch mein liebste das hoffe ich doch auch und lydia nicht vergessen nicht ins feuer feuer ist böse und pass auf der nackten mann auf der ist auch böse na ja gut noch einmal das ganze wir wissen ja hier okay wir wussten dass es davor hier war es ist einfach mal die seiten gewechselt diese schlösser heutzutage auf den ist auf dies auch kein verlass mehr aber dass immer gleich drin ist darauf ist verlassen auch noch einmal hoch jetzt aber abspeichern und diesmal wird der plan funktionieren flammen wand ein sturm entfrennen möchte nicht einer kommt und sich das mal anschauen ja okay keiner kommt dann muss ich hin kommen man muss tot und verderben über die leise bringen ja nicht ganz nicht ganz und noch meinen natürlich bitte ja wenn wir ja nicht in dem eck stehen würde das tat weh das hat so weit weh dass jetzt einfach nur sagt beschwören danach eisspär komm schon macht sie fertig oh ja da habe ich wohl übel gerade lydia getötet das soll natürlich nicht vorkommen flammenwand sturm oh ja und der topf ist spinning schon bewegt dich ja perfekt es geht noch mein und noch mein du ja geschafft wo ja wir haben es geschafft wir haben es geschafft moment solltest du wirklich sein ich höre dich ich höre den gesang einer neuen fähigkeit davor natürlich noch ein bisschen looten denn looten ist immer eine feine sache komm schon mach auf hast du mit dem auf ach man schon ein bisschen jungen und wir haben durch geld und dringendes blog sind drachen plattenhelm episch aber wir schmeißen immer das ganze das ganze zeug hier rein wo ja wo ja die werden wir nachher getrost mitnehmen spitzhacke feuerbeilstäbe stahl durch brauchen wir nicht zwang durch alles hier mal rein kann man nachher wiederholen wäre nicht so als würdest du immer weg sein danach zerstörung veränderung veränderung stahlhelme merken lydia hier müssen wir noch zurückgehen haben wir hier hier ist nichts haben denn die hier noch irgendwas man brauchen könnte vor der zauberspruch steinhaut starb des zombies nein nichts für mich was zum ich höre ist es das geld was vibriert ich glaube nicht also ich weiß nicht ob man es so hören kann aber irgendwas irgendwas passiert hier ist über mir eventuell was ich hoffe mich so verrückt zu machen verdammt nochmal ist hier hast du irgendwas an hier nein kommode versuchst mich doch gerade irgendwie zu verarschen so ich habe ja alles genommen irgendwo hier vibriert und dumps dumps ach egal das müssen wir mal ich gleich irgendwas dann hier kann ich etwas drauf legen moment moment das probieren wir es mal aus jetzt da ist es zum beispiel ein hut fallen lassen gut wo bist du gut kommt zurück es wird funktionieren ich weiß es da tut hör auf irgendwo in der ein ach man gut kommst du na gut dann hat ihm nicht dann folgen wir einfach mal den anderen geräuschen nachdem ich ja hoops speichern auf keinen fall paranoid sein kann das schaut mir jetzt ziemlich alt aus oh ja oh ja oh ja ich brauche jetzt ein paar stäbe und zwar habe ich denn einen augenblick sollte ich den kein stadt mehr haben ich habe doch vollstäbe favorisieren so ja ich will keine tipps mehr haben wer hat das umgestellt ist der green starb ok dann nehmen wir linker starb ist ich es irgendein mal hätte wenn denn der kind ist die ruse weil mein vollstab und rechts die ruse und direkt neben ihm oh ja ok ja nein und double beam das ist heftig und ich bin kurz vor sterben wieder mal und ich habe bestimmt ich brauche jetzt ich brauche jetzt die heilung die roma mit fahren zu greifen ist event wenn ich gerade das beste was du machen kannst da ok da kommt schon wieder etwas wegen drang akk damit okay du hast nichts anders gewollt rossmann flammwand nein ich habe doch sturmwand nein keine wende im ähm 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 oh Gott es stimmt da man aber wir glaube ich gerade dass ich wenn ich habe ja noch nicht getötet ich glaube ich habe gerade den Rest getötet heide witzger ja 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 es ist in Ordnung bei dir okay es scheint gut zu gehen ja sie hat es gut weggesteckt gott damit schon wieder einer mit Feuerbällen hier ich krieg sie nicht oh die Explosie gleich jede Sekunde na gut dann eben nicht ähm ähm hat mir Gold zurück das und oh die schmeißen hier mit Zehensteinen um sich nicht schlecht okay da schauen wir gleich mal rein haben wir hier Lederstreifen Säge haben wir ein paar Herzen und sowas äh ein brettoni er hat dem schätze ich mein so gutes Kind die wenige ist ein Pfeiler und wie hast du hier hochgeschossen ja okay okay und oh ich kann es spüren ich kann es spüren Hallöchen es macht wohl du hohoho inferno feuerat im moment magie äh nein 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 schreie eis feuerat im aktivieren den legen wir es doch gleich mal und oh ja der dürfte jetzt ordentlich rein fetzen oh schon wieder einer dieser komischen ungewöhnlichen Steine ich frage mich was es damit auf sich hat Herr Verzauberung oh haha jede Menge Uhren Grabdiebstahl und hier müsste das Buch drin sein ja Rune ist Tagebuch eisen zwei Hände oh nicht schlecht 10 Steine ist immer gut nur ein Helm ja das geht so aber zuerst wollen wir doch mal schauen was steht in diesem Tagebuch denn drin mit R-Wars Rune ist Tagebuch nächsten zweites Art Einleitung Tramor man hält sich schwer auch egal egal passt schon wir bringen jetzt das ganze einfach dann wird es schon passen ein Waldelf und noch eine Feuermagierin mit einem Pfeil hübs in ihre Schulter und du bist ein Rotwardonen aber ich hätte es nicht gedacht dass wir hier eine Drachenseele finden das hat mich jetzt eher verwundert möchte ich mal behaupten das heißt tot wir können hier weitergehen beziehungsweise Wurzeln oh ja und Gifte Gifte kann man immer gut verkaufen Holzkohle weiß nicht was man Holzkohle braucht aber naja jede Menge Papier Granitsteine Schreibfedern das kann man alles dann so mitnehmen Amatisten jede Menge Bücher Knoblauch für Vampire ähm ok warum ist dieses hier noch zu hinterher hier ah ok so kommt man ja so durch und ich würde mal sagen man kommt hier ja genau da wollen wir jetzt noch nicht hinführen haha dann werden wir einfach mal hübs bringe das Buch nach Ronil auf Karteanzeige wo ist denn Ronil ach hier ist es ok dann werden wir uns da gleich mal hinmachen beziehungsweise das braucht ihr ja nicht sehen bis gleich cu zum nächsten Mal